Schützen sie sich nicht nur davor, zu viel nachzudenken, sondern sind es auch erobere dein mentales Territorium zurück und Frieden Schritt für Schritt 2. Übernimm die Kontrolle, indem du deine Energie neu fokussierst. Hast du dich schon einmal dabei ertappt, wie du durch ein Kaninchenloch aus Unwettern und einem Weltuntergangsszenario geschlittert bist? In ihrem Kopf öffnen sich Registerkarten, auf denen jeweils ein Video in voller Lautstärke abgespielt wird und sie scheinen nicht auf Pause zu drücken. Dieses mentale Multitasking ist ein Markenzeichen des modernen Lebens, in dem der Druck, den Überblick zu behalten, zu einem unerbittlichen Kreislauf des Überdenkens führen kann. Aber einfach. Wie ein überfüllter Schreibtisch muss auch ein überladener Geist aufgeräumt werden.